was geht ab ist wieder der metro gamer lian am start in diesem video ein bisschen den neuen bogen getestet in gruppenkeile ich feiere den wirklich richtig freunde wenn ihr den auch so feiert wie ich lasst dir gerne like da aktiviert die glocke und wenn euch abonniert hat sehr gerne abonnieren und ja freundlich viel spaß mit dem video let's go oben hier er wird jetzt erstmal hier schön getestet 115 sauber wunderschön let's go naja kann man gut den bogen testen ja nächster ich muss sagen der bogen ist ultra ok ultra op der bogen wie viele kids habe ich gerade gemacht drei oder wie viel ja nix ja nix ok ist einfach zu kraft zu krass der bogen ist einfach heftig der bogen ist einfach krass elf kills ich glaube neun davon mit dem bogen oder so 8 12 kills mit dem bogen also das ist schon heftig zwölf kills mit dem bogen einfach nur geil like und abonnieren und die glocke aktivieren brosk so Untertitelung des ZDF für funk, 2017